Nach Gospandi müssen wir. Dann töten wir hier noch jeden und dann gehen wir weiter. Nein! Muss ich euch beide jetzt retten? Ja. Okay. Also im Osten rennen sie noch rum. Könnte es auf dem Dach landen und mich hier oben retten oder ich stütze mich runter? Ja, ich glaube ja. Ein kleines Stückchen nach vorne. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich krieg der Ball nicht vorbei. Ich bin sehr ungehalten jetzt. Ich bin sehr ungehalten jetzt. Ein Spielzeug. 2. Ich bin der neue Aktion. 1 o'clock. Mann. 50 Meter. Missile Soldat. 100 Meter. Was nimmt deine Meinung gesagt? Oh, das war ein Kopfschuss. Das ist der Dachzeug mit dem RPG. Oh, der schießt mich auch noch an. Ruffy lebt. Ruffy kommt lieber runter. Ich flicke mich erst mal auf. Ja, genau. So ist es richtig. Ich komme da leider nicht hoch. Wie kann ich dich wieder nicht sehen. Das ist ätzend. Sehr gut. Oh, ich habe hier einen tollen Spruch gemacht. Damit kann ich da noch nicht noch... Und eine Freundin ist im Falle auf einen Tannenzapfen getreten und ist dabei mit dem Fuß ein bisschen umgeknickt. Und ich hab gemeint, hey, wenn jemand den Tannenzapfen mit der Absicht auf den Weg gelegt hat, dann war das ein Zapfenstreich. Und jetzt spricht sie schon seitdem nicht mehr mit dir? Ja. Nein, sie hat tatsächlich gelacht. Ausgezeichnet. Das passiert selten. Dass jemand über deine Witze lacht. Ja. Oh. Mondkalb, lebst du noch? Enemy. Man. Position. Zero. Siegme. Zero. Zero. Achso. Okay. Ich bin nämlich gerade so halb die Leiter hoch, wurde schon wieder beschossen. Und du sahst nicht mehr so ganz fit aus. Oh, der liegt auf dem Balkon gegenüber. Schreck gegenüber, beim Abwasserrohr, auf dem etwas tieferen Haus. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst, aber ich sehe ihn da nicht. Der liegt genau an dieser Betonkante. Ah, nee, da ist noch rechts einer. Kannst du hier rüberkommen? Gehe in die komplett andere Richtung. Oh, dann versuch gerade. Nein! Hup zur Basis. Ah, der Hubschrauber ist gerade verschwunden. Toll. Geh in die komplett andere Richtung. Pau weg. War alles geplant. Das ist ein bisschen in den Topglock. Alles, was mein Hubschrauber kaputt gemacht hat, brauche ich jetzt nur neun. So. Wie viel kostet so ein Ding eigentlich? Mindestens sechs Millionen. Ja, aber haben wir auch schon zwei Kisten kaputt gemacht. Wie viel kann so ne Kiste kosten? Ich meine, da lernt schon das gute Holz. Zero, 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 zero. Ich glaube, das wird er bei uns auf die Rechnung aufgeschlagen. Nicht beim Feind. Ist da alles drin? Ja, raus, in drei, zwei, eins, voll. Oh nein, oh nein, shit. Ah, ich bin gerade im Innenhof gelandet. Hm, nicht vorher. Diesmal habe ich das Tempo mitgenommen. Das hängt davon ab, wie lange es dauert, bis dein Fallschirm aufgeht. Ah, da hinten bist du. Ich bin... Ja, hier rennt auch jemand neben mir. Ich glaube, die Sache mit den hingekillten Hubschraubern ist jetzt nicht so das Beste für meinen Score. Wer interessiert der Score? Macht denn in dieser Mission irgendeinen Unterschied? Guck mich an. Ich bin angeblich der Beste hier. One, fall back. Minus 5 Mond, Kalb, du wirst besser. Denkt man uns einfach, bei einer Kommission, die hat auf ihrem Balkon einen Thermometer. Das wechselte mal das Vorzeichen. Im Sommer sind es da minus 20 Grad. Und im Winter manchmal plus 20 Grad. 0, 3, 6, 0, 8, 5, Masch. Aber das macht es sporadisch. Und manchmal fängt es auch an zu leuchten. Zwei Koffer. Strasse runter. Guck mal, möchte ich da mal teilen. Hey, warte. Ich kann bei dir das vornehmen. Bei mir? Ja. Danke. Holen wir uns mal die Koffer. Ich will nicht sicher hinunter. Er ist aufgerückt. Ohhhh, da ist ein Typ hinten auf dem Dach, Neo Ah, hab ihn Warte links von dir auf den Urhessen-Typ hinter der Straße Läuft jetzt in deine Richtung 7 o'clock, enemy, man, medium range 3, fall back 6, enemy, man, 100 m Ich habe jetzt einen Scorepunkt gegen einen vollbesitzenden Bus getauscht, ist das nicht schön? Das ist Punkted Trading 3, reformen tera행 Und Ich kenne sie für mich Aber wie soll ich an sie bekommen? Durch Kills, durch Einnahmen, sowie 直 Die Sachen halt aus den Städten holen, finde ich ganz nett. Ja, das kann man dann erst mal schauen, weil das ist halt extra Ressourcen-present. Ja, aber... Und das ist halt das Problem mit jeder CDI. Nach zwei Stunden, drei Stunden, möchtest du sich einfach nur komplett selber zu. Was? Das ist ganz tot? Ja. Gerade eben wurde ich erschossen von dem Typ. 31%! Was ich damit dann halt... Was ich noch machen wollte mal... Irgendwie ein messbares System für den Wert von Objekten in dem Spiel. Quasi... Mobilität und Reichweite und... Eifstoffgehalt... Damage... ...Damage... ...Posikunde, was man damit machen kann. Und daraus echt einen Wert erkennen und nicht irgendwie so... Oh, das ist eine Waffe, die halt jetzt einen Iron Sight ist weniger wert als eine Waffe mit. So... So was halt. Das würde ich halt weglassen. Wenn man einen Crayon-Tech nimmt, kriegt man Punkte gut geschrieben. Aber man muss auch bedenken, dass zum Beispiel natürlich ein AR-12 ganz wenig Reichweite hat und, äh... wenig Schaden und, naja, relativ wenig mit den Schrotdingern. Ja, aber Feuerweite? Der ist da hinten an der Ecke. Weniger als der M60 zum Beispiel. Für den Fasch- und Saug-Ton kann den von hier nur suppressen. Das ist nicht billig, oder? Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Wir brauchen nur eine Granate. Der Preis ist quasi Damage pro Sekunde auf 100 Meter. Makaeroff. Auch Minus-Preis. Makaeroff gibt's umsonst. Tarket eliminiert. Makaeroff. Ähm... Und du machst, äh... Und dann ... eine Funktionfrisch-Arreie auf Strings. Und die werden dann halt voll compiled. Und du hast die Funktion auch wieder. Ja genau. Und dann kann man so etwas machen. Es gibt dann halt ein Array für was passiert, wenn man eine Stadt erhobert, was passiert, wenn man eine Stadt verliert, was passiert, wenn man einen Gegner tönt. Also wie Event-Händler-mäßig in der Mission, was passiert, wenn man was baut, was passiert, wenn man Geld kriegt Und dann kannst du halt einfach sagen, wenn ein Gegner getötet wird, dann gibt es eine riesige Atomexplosion Oder so, oder ja, verbrannte Erde-Module, sobald man eine Stadt verliert, explodiert sie komplett Kommt mal zur Chicken Street, ich hab die Kiste Oh, das ist ja hier, gut In der Chicken Street? Ne, aber dahinter Ein Taliban auf dem Fall Bist einfach dahinter durch Ja, hier oben Da drin Den Typen in der Tür hab ich schon erschossen, also Ich krieg's ja nicht mal einen Abzug, wenn du das Ding sprengst Reingekommen bin ich raus Ging irgendwie nicht, hatte ich keine Lust Hat am Ding zu schlagen Bob Chicken Street Ich hab keine Satchel Wo war die hier? Hier oben drin, hast du einer? Eine Satchel? Hier Andere Richtung Oster 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 Ich bin grad auf die Tür zur Kiste rein und schießt mir einer ins Bein Oster 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 Zero. 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 Ahhhh. Ahhhh. Fluchtfahrzeug hier geparkt. Nein. Komm schon. Böses Fluchtfahrzeug. Ist das Leckrad eigentlich schön. Unter Feuer. Fluchtfahrzeug. 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 Ich hab ihn. Fluchtfahrzeug. 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 Ich hab kein Stein vor das Pedal geklemmt. Er kann uns nicht alle töten. Ich find den einen da vorne in der zweiten Reihe rechts toll, oder? Aber Neo! Nicht alle, aber euch beide. Wie gesagt, wir schießen jetzt zuerst die unwichtigen Leute. Das ist schon das zweite Mal heute, dass das klappt. So, wie viel haben denn von den Zivis überlebt? Die leben auch alle noch. Ne, halt da vorne ist einer tot. Nein, da bewegt sich noch. Könnt ihr bei mir spawnen? Warte, ich komme mit Melee. Ich kann spawnen. Zero, 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 zero. Oh, ja. Ich bin in Grad zero, 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 zero. Zero, 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 zero. Ich guck nach hinten raus. Das ist ja geil. Am besten ist aber wenn die Sitzplätze voll sind hinten die Position zum Stehen. Die sind toll. Oh, ja. Oh, ja. Auch extrem gute Animationen. Ich meine, universalen Nutzen. Die Animationen in der Stange? Ja. Denkst du auch etwas, was ich denke? Ein Stripclub mit Blackjack und Nutten. Und die Nutten stehen nur an den Stangen rum wie im Bus. Sehr interessant. Es ist halt... Und wir haben alle Burkas an. Ja, am Bildsecker. Ja, die... Komplett Burkas. Wow! Gut, dass wir aus diesem Bus raus sind. Was? Das gab aber richtig Minuspunkte. Koffa! Was? Das gab... Guck mal nach hinten. Ja. Der Taliban hat sich grad Minuspunkte eingehandelt. Aber hallo. Einfach D-weit sterben. Koffa! Komm! Begriff! Fertig! 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 Irgendwo links noch einer. Bist du angeschossen? Naja. Alles gut. Ich glaube ich vorne nur suppressed. Intel! Wie gesagt... Ist der Bus kanadisch? Garantiert! Fertig! Hm... Wissen nicht. Es ist schwierig zu erkennen, weil... Ich die Brille... Hörger und dann kann ich mich von abspringen. Hörger und dann kann ich mich von abspringen. Hörger und dann! Hörger und dann oben drauf! Oh, es reicht wirklich! Ich bin schneller unten als hier! Ich bin schneller tot als hier! Ich bin schneller tot als hier! Pass Gruffy! Ich entschärfe dich! Ich bin schneller tot als hier! Ich bin schneller tot als hier! Ich bin schneller! Feuer! 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 Ah, okay, das Soundsystem ist also lockbasierend. Natürlich. Könnte sein, dass... Nee, der Sound sollte von Memorator... Ja, weil nämlich hinter dem Turm möchte ich nämlich nicht mehr. Hinter dem Ölturm bist. Achso, verdeckt. Dann ist ja klar, bei Gebäuden und so hörst du ja auch weniger, wenn du drin bist oder dahinter stehst. Oder in Cabrio-UACs, dann hörst du auch nichts von draußen. In was? In offenen UACs, weil du drin sitzt, hörst du auch viel weniger von draußen, obwohl es eigentlich so wie daneben stehen. Das müssen wir einfach für nur einen Config-Wert einführen, für Dämpfe. Ich meine, das ist sogar nur ein Config. Ich meine, das ist ein Sound-KoF oder sowas. Inside Sound-KoF. Stimmt, den habe ich auch schon mal gesehen. He's dead, Jim. He's Jim dead. Das ist alles ein bisschen einfach hier, oder? Ja, ich bin einfach vorher auf dem Weg. Ich habe überlegt, wie immer nur noch ein Typ auf die Brüro-Tür da ist. Ich bin jetzt Vladimir Putin. Oh, enttäuschend. Okay, das sieht ja nicht aus für einen Öl-Motor. Oh, da sind sogar Tüten. Splorch. Das ist nicht das Geräusch, was man hört, wenn man einen Igel überfährt. Oh, da ist immer noch einer hinter dem Haus. Da ist immer noch einer hinter dem Haus. Und da, vor dem Haus auch, unter uns. Tatsache. Oh, nein. Ja. Ja, jetzt runter gehen und absetzen. Ja. Perfekt. Da ist immer noch einer. Und raus. Draußen. Ja. 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 Hat einer von den Körper dabei? Da ist ein Typ in der Stadt drin. Tausende rum. Ja, der hat einen Koffer fallen lassen. Ne, was ist der Südostrad? Oder Mondkap, du könntest darauf landen. Oh. Jetzt von dir aus dem Südwesten. Südosten, Entschuldigung. 140 von dir aus. Ach, den auf dem Dach, den ich weggespringt habe. Oder auf dem Suchs habe. Jetzt rechts auf offenem Feld. Und auf Feuer. Ach, da. Ja, gesehen. Macht das schon grün hier. K. Ja. Jackpot. Du hast dich, du hast die Tür aufgemacht. Dich so aus dem Fenster gehangen. Sicherheitsgurt so ein bisschen lockerer gemacht. Die Hand durch den Bogen gezogen. Eine Hand so raus und hast den Koffer eingesetzt. Halt mich Feuer. Ich weiß ja doch. Die Stadt muckt sich nicht. Mit dem Giegler. Toll. Und der schießt mich. Du bist schon an ihm vorbei, Neo. Der liegt daneben dem Baum. Genau der. Zwei. Reaktion. Zwei. Vier auf mich. Tentacomus. Mondcape. Mondcape, da wo du, wenn du jetzt an Neo vorbeifliegst, auf mich zu und dann links von mir, davor die Bäume. Spreng die gesamte Baumgruppe weg. Der hat einen Igler oder sowas am Rücken. Wird nicht. Ja genau da, wo du jetzt hingewucht hast. Ja, der hat einen Koffer. Tja, war alles gekollt natürlich. Clips auf Video. Oder. Oh, das ist auch Video. Ja. Was muss ich denn, das musst du hochladen. Es kommt darauf an, womit du mich bestichst. Welche Szenen davon ich hochlade. Die, wie du abstürzt, oder die hier. Eine Best-of. Ja, weil du nicht mit Mondkalb fliehen sollst, oder? Mondkalb rettet uns den Arsch. Je nachdem. Schokoriegel? Welche Schokoriegel sind deine bevorzugte Tannelsmethode? Visa oder Mastercard-Regel? One, taking command. Two, except Snickers. Haha. Genau. Ding. Manio aufsammeln. Versuch wo, als sie in Arma 2 das Ding wieder eingebaut hat. Die Snickers? Nein, dieses Geräusch. Und während Arma 1 hatte ich das Geräusch, weil ich es so dran gehangen habe, habe ich dann zwei... Oh, da kommt ein Typ auf euch zugelaufen. Ah ja. Greiße. Das hätte... HE-Munker sein sollen. Ich versuche hier schon, das abzubrechen, aber... Woah! Oh, das kannst du nochmal filmen, wenn ich euch jetzt da rette vor dem Typ. Ab ihn. Bisschen lang ist, habe ich ja schon. Setze mich auf den Kisten, aber. Ja. Jetzt. Ich gehe auf den Kisten. Yes! Ich hoffe, das wird jetzt auch wieder auf die Idee. Natürlich. Ich habe nicht aufgehört zu filmen. Oh. Papa! Oh nein, ein Anti-Aircraft-Lehren fehlt. Ich fluchte Schorke. Scruffy, da liegt was neben deinen Beinen. Ich weiß, ich habe das wohl gesehen. Meinst du, das Heilen dauert länger als 30 Sekunden? Ich habe das Luftabwehr-Lehren fehlt. Beendet. Ich habe das Luftabwehr. Dr. Stecken. Nein! Ach Scruffy! Erschossen oder geschüßt? Erschossen! Hm? Erschossen! Oh! Ich bin aber wieder in dem Bug, ich kann laufen! Oh, er kommt ja eh eh ja! Bug in First Aid ist nicht gut! Ne, das funktioniert gut! Ich bin halt K.O. Kann aber noch laufen und mich lehnen und all so'n Zeug! Das heißt, mir geht's auch nicht so schlecht, ich kann jetzt zu Neo rennen! Ich kann auch noch dieses Haus hier säubern! Anlegen kann ich auch noch, das ist das Beste dabei! Ich seh halt noch nicht mehr so viel, weil der Bildschirm im Boot ist! Oh, 16%! Gibt mir doch gar nicht so gut! Aber ich verschreibe dir jetzt wieder Wettruhe! Ja, warte, warte, warte! Achso, ich kann dir die Tür nicht zumachen! Mach mal die Tür zu! Oh! Oh! Verschriebene... Ah! Verschriebene Wettruhe! Auf dem Boden! So! Ich will auch mal so'n Arzt, der einfach sagt, Wettruhe! Und dich umhaut! Oh! Oh! Monka, was ist passiert? Oh! Ich bin hier zu Fuß jetzt! Achso! Ah! Äh! Die Luftabwehr, die Enfield, konnte mich nicht niederstrecken! Was es gebraucht hat, war etwas viel passiveres, eine Luftabwehr Straßenlaterne! Hm... Und die hat mir... ... heigttückisch... ... ein Treibstoff-Lag geschossen... ... oder geschlagen... ... oder... ... weiß ich nicht... ... geleuchtete... ... hat so angesprochen... ... hat so angesprochen... Es wird mich reingecrasht! Ja, was machen die Takas-Tainer nicht? Die bauen diese Laterne immer dahin, wo du fliegst! Ja? Mach mir auf allen Inseln! ... das ist wie diese Luftabwehr mir nachrettet, deswegen sprengen wir die ja auch immer! Ja! Also das hätten wir so reizend ist dann so... ... das wäre super gewesen! Ja, ich würde das auch... ... dafür sind Flugzeuge, denke ich meine... ... wofür benutze ich mal Flugzeuge im Arm ab? ... abheben, schießen, landen! ... oder... ... abheben, schießen, irgendwo rein crashen! Also 10-130er hätten richtige... ... richtige Funktion! Ja! Ja... ... dann würde ich mal eine Frage gehen, was ich hier zum Schluss kommen würde! Ja... ... da würde es wahrscheinlich irgendein Trick gehen... ... oder... ... oder... ... ich weiß nicht... ... der liegt am Terrain-Sales, da heißt... Das würde ich schon ausweisen! Wir hatten den großen... Ich sollte keine Probleme machen mit 7,5 auf einer 16er... ... ähm... Und es hat Probleme gemacht, deswegen werde ich nur mal schauen. Tja, du sitzt ja an der Quelle. Du kannst ja irgendjemanden... Ich kann ja schnipsen und irgendwo kriegt ein Jack in Island einen Paus ins Gesicht. Für diese Schandtage. Fein. Ich lass doch mal mit dem anderen Visitor probieren. Dann soll ich noch mal in Visitor 3. Denn ich hab ja alle vier Highmaps zusammen. Ich kann sie dann ja exportieren und in Visitor 3 importieren. Und dann schauen, ob Visitor 3 und Arma 2 wurde und so weiter. Alles noch funktioniert. Es gibt ja viele unbekannte Varianten, die man da mal abstellen muss. Gose gleich für Arma 3. Direkt exportbereit. Und wenn Arma... Ja, heute kommt Arma 3 raus. Eine Stunde für das Reference Release. Für Arma 3 kommt unsere Lab für Arma 3 raus. Das ist mit dem African Buildings Paket, das ich gemacht habe. Das ist komplett unabhängig von allem. Cool. Unabhängigkeit. Es ist die Schweiz. Das muss man mal machen als Schweizer Add-On-Pack. Also ein Add-On, das man Schweizer Add-On-Pack nennt. Aber es ist nicht nur Schweizer. Es ist einfach nur komplett neutral. Jetzt hast du die komplette Muni rausgehauen. Hey, hier sieht's nach Kiste aus. Ich bin weg. Tschüss. Hey, hier sieht's nach Kiste aus. Ich bin weg. Tschüss. Oh, und er explodiert auf einmal ganz viel. Das war vielleicht auch nur meine A10. Oh, das ist jede Menge Lag. Das ist ein Strafeing, der kommt jetzt bei mir gerade erst an. Eine Welle der Zerstörung, die durch die Stadt geht. Ausgezeichnet. Ich habe einen Anflug gemacht für mich, was die komplette Gownia gemacht hat. Zero. Sie brennt jetzt fast runter. Spawnen gleich. Das sieht echt gut aus da. Sieht schick aus. Ich blieb dich dahin, wo die Kisten vermutet werden. Da hinten? Meinst wo ich bin? Oh, ich hab den Hohelung schon verstanden, wo die Gownia gehen. Hier werden die Kisten vermutet. Hier werden die Gownia geflogen. Ah, das ist eines der Gownia, die noch stehen. Hier warst du auch schon. Ja, ich habe auch schon auf die Tanke geschossen, aber da hat nur das Dach ein bisschen was abgekriegt. Musste ich hochziehen. Anfeier! Nein! Ach nein, da liegt er! Versuch ihn zu blenden. Spucke ihm ins Auge. Ich lasere ihm ins Auge. Ich spüle mal ab. Okay. Das war knapp. Niedriger hättest du echt nicht sein dürfen. Natürlich ist der Signator wieder angelassen. Natürlich. Unter Feuer! Anfeier Feuer! Geheuer Feuer! Oh! Musste das jetzt sein? Wo war denn der Typ? Äh, draußen vor. Ja, ich weiß. Ich habe gesehen, wohin du geschossen hast. Ich habe auch versucht dich reinzuziehen, aber es geht ja nicht. Direkt links daneben. Na, genau. Ich kann mich, ich kann mich, ich kann mich, ich kann mich ja nicht ziehen, wenn du mit dem Bauch liegst. Kann ich spawnen? Aw, der hängt da sehr viel drin. Er ist aber rausgefusert. Aufford! Das hat Ruffy? Vielleicht funktioniert der Heli noch. Ich hab gerade mit einer Handgranate drauf geworfen. Ich hab mich dazu ans Gesicht geschossen. Ruffy, ich glaube, unter dir ist einer. was hat das überlebt doch auch gesagt ja das finde ich gut dass so team nicht entweder von den sie wird im live hier genau vops müssen mindestabstand zu städten haben ich finde sollten in städte sein damit haben steht da auch besseren wert sie zu halten und zu verteidigen okay so dann kann man ja wieder sparen punkt einnehmen das ist echt ja also ich wollte ja ausgezeichnet und in der nähe baut man halten vorbommern die stadt belage drin ausgezeichnet oder man macht es so wie hier das ging natürlich auch aus doch auf 30 sekunden gestellt eine minute ich lasse den heli an und kann du das auch auf dem piloten sitzt ich wollte nur keine zeit verschwenden funktioniert auch dank hier viel spaß neo wir können alles noch mal wieder eine Rettung ich markiere sie dir per Laser ganz klasse ich habe Nachtsichert dabei ich blende sie kann man den Laser eigentlich sehen von dem Ding? ja der hat einen roten Punkt wenn er gelasert wird einer auf dem Dach ich versuche Neo zu blenden Tod durch Fahrrad Dreck unter uns Er hat eine ID gelegt er hat sich gefeiert der ist gestorben der Helikopter auf ihn gelandet ist ich habe ihn noch erschossen Schrauber macht kürzer bleib hier liegen ich hab dich gleich was ist wenn das Ding auf Zeit gestellt hat? ich wills nicht hoffen dann machen wir das Ding und dann so ein Spongebob Intermission Screen 30 Seconds Later ja das tolle Bild mit Rahmen und die französische Stimme 30 Seconds Later Faust in die Magengrube jetzt verreibe ich irgendwas bei dir im Schritt das hat schon immer geholfen das schnallt ich den Gürtel zwei Löcher enger schmiere ich das ganze Blut an deinem Ärmel ab und jetzt salzen und schon geht's dir wieder gut Was für ein Rezept. Zum Glück haben wir jetzt dieses Fahrrad hier. Ich stelle es erst mal ab. Wir haben keinen Sprit und nichts. Der Heli ist kaputt. Ja, mein Fahrrad. Du weißt nicht, wo dein Problem ist. Ich habe das Gefühl, du suchst immer nach dem Problem. Such nach einem Koffer. Mein Handy klingelt Ton ist jetzt die Spongebob Melodie. Also nicht die am Anfang, sondern die am Ende. Die dü 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 dü. Oh, da komme ich nicht rein. Das hört sich unfair. Oh, das ist ein Leni, wir haben eine Ghetto. Am Ende der Stadt auf der rechten Seite befindet jemand. Das ist ein Taliban, legt auf mich an. Ich schmeiß mich hin. Und er dreht sich um und läuft weg. Den hast du dann wieder gefunden. Den. Die. Wir sind einitor. 8 o'clock. Anime. Unknown. 100 Meter. Ich bin in der Stabilisierung 0.0.0.0.0.0.0.0 2.5 also jeder soll nachgedrucken. 3. Form von sich. Ich bin Feuer! auch ganz aufs dach von das vielleicht laufe raus kann es bauen bei dir was du kannst grün ganz wichtig unseren spawn skript müssen wir denn so bauen dass er das dia von demjenigen wo man sport nimmt und den anderen denn immer zwei meter davor setzt in blickrichtung dass der erstmal noch mehr ist absolut schlecht weil dann bist du am schießen und was ich vorhabe ist ich finde bei uns dass derjenige der quasi als bauen zentrum funktioniert hat gekriegt halt eine meldung von wegen sports born und krieg dafür noch ein extra punkt also geldwährung halt dann muss aber auch meintrücken können so toll wenn keiner nicht erlaubt zu spawnen du kannst eine abfrage machen hat ist die waffe auf vollautomatik und drückt er gerade ab dann wird die spawnde person einen meter vor ihnen einen lauf attach tut wollen wir so konsolenmäßige cheat codes einbauen so wenn man bestimmte tasten kombinationen drückt up up down down left right left right ab start die letztens bei euch gehört also als wir mit burscher gefahren sind darf ich erst noch da unten ja das soll auch so sein halt die position moniker ich fahr unter dich direkt unter dir ja allerdings bewegen sich meine füße jetzt nicht schade ich dachte die drehen sich jetzt auch so schnell aber ich weiß was dann passiert aber das macht bitte erst gleich wenn wir da sind und mich ganz so niedrig über den berg wie gerade also zu den zwei drei metern die gerade fehlten dann vielleicht nochmal fünf drauf siehe was du vorhast ich sehe diese steine und den walter das ist ziemlich laut hier unten ich fahrt natürlich direkt gegen die sonne ich fahrt natürlich direkt gegen die sonne ich fahrt natürlich direkt gegen die sonne du kannst mich mal eine melde dass ich tot bin ich bin einfach nur so wieder im spawn screen gewesen. Das ist ja fies. Oh, das musst du auch einbauen. In die Mission dann, dass das funktioniert. Weißt du noch, bei OFP war das, glaube ich, die Bus Little Birds, die Motorräder transportieren waren? Ich glaube, alle da haben aus dem Haus gelegt. Ich weiß nur, bei Queen's Gambit gab es irgendwie den einen Typ, den Weihnachtsmann. Und Porky. Und Porky. Ich habe die Kampagne, da kann ich euch überhaupt gar nichts zu sagen, weil ich die nicht geschafft habe. In der zweiten Mission schon, oder was, sogar die erste, da ist man ja bei Bagango durch diese Mine da gelaufen. Die Mission habe ich zum Verrecken nicht geschafft. Ich habe es nach irgendwie 15 Versuchen aufgegeben, weil ständig entweder die Kollegen erschossen wurden und dann war die Mission ja verloren. Das ist nicht auch eine Multiplayer-Kampagne? Nee. Nee. Oder ich bin halt vorgestürmt, um alle Leute zu erschießen, aber dann musstest du ja schneller sein als die KI, damit die sich viele erschießen lassen. Und dann wurde ich immer erschossen, weil ich halt zu schnell vorstürmen musste. Und ich hatte keinen Bock, das dann irgendwie auf alles auf ultra einfach zurückzustellen. Und das ist die einzige Kampagne, die ich nicht durchgespielt habe. Wobei ich mich an die... Hier ist die Kiste. Okay. Wobei ich mich an die normale Kampagne auch nicht mehr erinnern kann. Rundkipp, über dem Haus schweben. Mehr. Porky, hau. Warum lebst du? Uh. Hey, 1 von 9. Das haben wir lange nicht mehr geschafft. Nee, hat auch 4 Tage gedauert. Und wir haben das ganze Land ausgerottet, wenn ich mir den Score gerade so angucke. dass wir 500 Menschen getötet haben. Wow. I'm in grade. Zero, 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 zero. Du hast wieder Leute belebt. Let's get it. Ah. Yeah. Das war's. We rule, everyone else sucks. Vielen Dank.